Und wo steckst du? Wir schauen hier individuell auf jedes Kind und behalten dabei immer den positiven Blick. Na worauf hast du Lust? Mit dem Spielen? Da in deiner Tasche? Und auch das ist Early Excellence. Bei uns gibt es keine geschlossenen Türen. Und wenn es haben wird, dann öffnen wir. Kommst du? Ja. Und was ist mit dir? Wann kommst du?